Im folgenden veröffentliche ich einen Vortragsausschnitt von Rudolf Steiner, in dem er auf die okkulten imperialistischen Pläne Englands hinwies, welche das ehemalige römische Imperium nahtlos in ein angelsächsisches umgestalten wollen. Wir erfuhren in den 10 Vorträgen aus GH 175 über die Geschichtsverschleierungen und offenliegenden Lügen, als auch über politische Morde zur Zeit des römischen Imperiums, was sich dann laut den Berichten von Steiner während des Ersten Weltkriegs ungehindert fortsetzte, nur dass die damaligen eingeweihten Cäsaren durch okkulte angelsächsische Brüderschaften ersetzt wurden. Vor wenigen Tagen las ich, dass neuerdings in den amerikanischen Bundesstaaten Iowa und Georgia es geplant ist, das Hinterfragen des Holocaust strafbar zu machen. Wirkt dies nicht wie das Infallibilitätsdogma der römisch-katholischen Kirche im Jahre 1870, welches Steiner in dem Vortrag vom 22. November 1918 anspricht? Und klingt das nicht wie das Donnergrollen der düsteren Prophezeiungen Steiners im folgenden Vortragsausschnitt, dass aus Amerika ein Denkverbot ausgehen wird? Wirkt dann nicht auch die jetzige geplante Impfpflicht, wie genau diese Impfung, vor der Steiner damals warnte, die zur medikamentösen Austreibung alles Interesses am Geistigen führen soll? Wann wird es gesetzlich verboten werden, sich mit Steiner zu beschäftigen? Als Jugendlicher wurde ich nie über Gulags und jüdische Prognome in Russland und weltweiten Antisemitismus informiert. Nur wir Deutschen sind an allem Übel der Welt schuld und die Dichter und Denker und Erfinder wurden damals seltsamerweise urplötzlich zu mordenden Bestien. Mein Vater, der noch als jugendlicher Flagghelfer war, wusste zumindest davon überhaupt nichts. Darf dann über diesen ukrainisch-russischen verübten Holocaust 20 Jahre zuvor dann auch nicht mehr geredet werden? Im jetzigen Krieg sollen wir nun plötzlich Putin mit dem Bösesten aller Zeiten aus Braunau gleichstellen, haben aber bisher in der Schule kaum etwas von russischen Konzentrationslagern und Prognomen gehört und die wirkliche Geschichte Russlands wurde uns deutschen Jugendlichen in den angeblich kalten, gefährlichen Gefrierschrank weggesperrt. Ich möchte hier eine persönliche Begebenheit einflechten. Zur Zeit meines Musikstudiums begeisterte ich einen Freund von mir für Richard Wagner. Wir verloren uns zehn Jahre aus den Augen, bis er eines Tages mich anrief und meinte, Markus, du hast mich zu Richard Wagner gebracht, ich singe nun in Bayreuth und lade dich zu allen Opern, die du sehen möchtest, ein. Das brachte im Fahrwasser, dass ich auch das Opernhaus auf dem sogenannten grünen Hügel subkutan kennenlernen durfte und er mir eines Tages darin 52 Bilder der Dirigenten nach Wagner zeigte und als stolzer Jude mich fragte, was glaubst du, wie viel davon sind keine Juden? Lachend meinte er, zwei. Ich war gewohnt, Zeit meines Lebens jüdische Freunde zu haben, weil ich deren ausnehmend wachen, interessierten Intellekt und besonders deren Bildung nicht nur die musikalische schätzte. Ich empfand mich jedoch latent stets als Schuldiger gegenüber meinen jüdischen Freunden und wollte selber unserer angeblichen tiefen Schuld nachforschen. Deswegen fragte ich anfangs naiv meinen Vater, was habt ihr mit den Juden gemacht? Und er antwortete mir, ich wusste davon nichts. Wahrheit suchend wollte ich die Ungerechtigkeiten meiner Vorfahren auskundschaften, stieß jedoch auf seltsame Ungereimtheiten, die wir Schuldigen aber bald nicht mehr hinterfragen dürfen. Ich fragte damals meinen Freund in Bayreuth, wieso denn die Volkszählung im jüdischen Almanach ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zahl ergab, die mit der ominösen, oft verwendeten Zahl 6 Millionen überhaupt nicht übereinstimmen kann. Und er ermahnte mich nur lächelnd, Markus, halt deinen Mund, du weißt zu viel. Auffallend erschien mir bei meiner Wahrheitssuche, dass bereits am 6. Juni 1915 die Zeitung The Sun in New York die russische Regierung anklagt, dass es für 6 Millionen Juden angeblich keinen dunkleren Moment in der Geschichte bisher gab, denn die Hälfte der jüdischen Weltbevölkerung wurde in Russland und besonders der Ukraine gejagt, gefoltert und verhungern und bereits Tausende wären abgeschlachtet worden. Die New York Times berichtet dann am 18. Oktober 1918 wieder, dass 6 Millionen Juden Hilfe nach dem Krieg bräuchten und ein Jahr danach seien bereits 127.000 umgebracht worden. Am 12. November 1919 meinte dieselbe Zeitung dann ein weiteres Mal, dass die Hälfte der jüdischen Bevölkerung eben 6 Millionen an unglaublicher Armut, Hunger und Krankheit leiden würden. Am 23. Februar 1920 in derselben Zeitung nochmals dasselbe und am 20. Juli 1921 meinte die Gazette in Montreal im selben Fahrwasser, dass 6 Millionen Juden einem Massaker konfrontiert seien, in dem diese durch Hungersnot ausgerottet werden sollen und in den Häfen Russlands bereits zahlreiche Prognome wüten. Ist also zukünftig eine solche Zeitungsrecherche, um meine Vorfahren auszukundschaften, illegal? Warnte mich mein jüdischer Freund damals vielleicht deswegen vor meiner Recherche, weil sie mich auf Fragen bringen könnte, die nicht beantwortet werden können? Wird deswegen Steiner seit 100 Jahren mit allerlei Dreck beschmissen oder gnädigerweise totgeschwiegen, weil er die Nachwelt zu Fragen motivieren könnte, die nicht gefragt werden sollen? Meinte deswegen der leider nun verstorbene Götz Werner, als ich ihm anbot, kostenlos CDs mit Steinerlesungen in den DM-Märkten zu verschenken, das kann ich nicht machen? Musste er als erfolgreiche Geschäftsmann eben den Mund halten, damit er dies bleiben darf? Wer die tiefen Einblicke dieser folgenden Vortragsausschnitte während des Ersten Weltkriegs ebenso für völlig abwegig hält, wird sich vielleicht wie die Rechtsanwältin Ellen Rohring über die geplante Impfpflicht ab 10. Oktober äußern? Es ist für mich unverständlich, dass unsere Abgeordneten mit dieser Faktenlage tatsächlich eine Impfpflicht beschließen wollen. Die Geisteswissenschaft würde die Marionetten und Marionettenspieler mit dieser dringend fragwürdigen Faktenlage in ein klärendes Sonnenlicht bringen. Im Gea 167 meint Rudolf Steiner am 4. April 1916, Der größte Teil der Menschheit wird seinen Einfluss von Amerika, von dem Westen herüber haben, und der geht einer anderen Entwicklung entgegen. Der geht jener Entwicklung entgegen, die heute sich erst in den idealistischen Spuren gegenüber dem, was da kommt, in sympathischen Anfängen zeigt. Man kann sagen, die Gegenwart hat es noch recht gut gegenüber dem, was da kommen wird, wenn die westliche Entwicklung immer mehr und mehr ihre Blüten treibt. Es wird gar nicht mehr lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben wird. Da wird nicht ein direktes, aber eine Art von Verbot für alles Denken von Amerika ausgehen. Ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken. Auf der einen Seite ist ein Anfang dazu gegeben in dem, was heute die rein materialistische Medizin macht, wo ja auch nicht mehr die Seele wirken darf, wo nur auf Grundlage des äußeren Experiments der Mensch wie eine Maschine behandelt wird. Einer der anderen Anfänge, wir haben ja heute schon Maschinen zum Addieren, Subtrahieren. Nicht wahr, das ist sehr bequem, da braucht man nicht mehr zu rechnen. Und so wird man es auch machen mit allem. Das wird nicht lange dauern, ein paar Jahrhunderte, dann ist alles fertig. Dann braucht man nicht mehr zu denken, nicht mehr zu überlegen, sondern man schiebt. Zum Beispiel da steht, 330 Ballen Baumwolle Liverpool. So überlegt man heute sich da noch etwas, nicht wahr? Aber dann schiebt man bloß und die Geschichte ist ausgemacht. Und damit nicht gestört wird das feste Gefüge des sozialen Zusammenhangs der Zukunft, werden Gesetze erlassen werden, auf denen nicht direkt stehen wird, das Denken ist verboten, aber die, die Wirkung haben werden, dass alles individuelle Denken ausgeschaltet wird. Das ist der andere Pol, dem wir entgegenarbeiten. Dagegen ist das Leben heute immerhin nicht gar so unangenehm. Denn wenn man nicht über eine gewisse Grenze hinausgeht, so darf man heute ja noch denken, nicht wahr? Allerdings eine gewisse Grenze überschreiten darf man nicht, aber immerhin innerhalb gewisser Grenzen darf man noch denken. Aber das, was ich geschildert habe, das steckt in der Entwicklung des Westens und das wird kommen durch die Entwicklung des Westens. Also in diese ganze Entwicklung muss sich auch die geisteswissenschaftliche Entwicklung hineinstellen. Das muss sie klar und objektiv durchschauen. Sie muss sich klar sein, dass das, was heute wie ein Paradoxon erscheint, geschehen wird, ungefähr im Jahre 2200 und einigen Jahren wird eine Unterdrückung des Denkens in größtem Maßstabe auf der Welt losgehen, im weitesten Umfange. Und in diese Perspektive hinein muss gearbeitet werden durch Geisteswissenschaft. Es muss so viel gefunden werden, und es wird gefunden werden, dass ein entsprechendes Gegengewicht gegen diese Tendenzen da sein kann in der Weltenentwicklung. Im Gea 174 meint Rudolf Steiner am 22. Januar 1917 Früher war die Tyrannis dadurch da, dass gewisse Menschen eine Zeit lang verpflichtet waren, nur Daseinige für wahrzuhalten, was Rom anerkannte. Die Tyrannis wird viel größer sein, wenn die Zeit kommen wird, wo nicht Daseinige, was der Philosoph entscheidet, nicht Daseinige, was der Wissenschaftler entscheidet, Grundlage des Glaubens sein wird, sondern Daseinige, was die Organe jener okkulten Brüderschaften zu glauben erlauben werden. Dass in keines Menschen Seele etwas anderes geglaubt werde, als was von jener Seite vorgeschrieben wird, zu glauben. Dass von keiner Seite andere Usasen in der Welt eingeführt werden, als was von jener Seite vorgeschrieben wird. Das streben jene Brüderschaften an. Und es ist ein naiver Glaube mancher Idealisten, womit nichts gegen die Idealisten gesagt werden soll. Idealismus ist in jedem Fall eine gute Eigenschaft, wenn gemeint wird, die Dinge seien nur vorübergehend, die da angestrebt werden und würden wieder aufhören, wenn der Krieg aufgehört hat. Der Krieg ist nur ein Anfang von alledem, wozu, wie es charakterisiert worden ist, die Dinge hintendieren. Und die Möglichkeit, über diese Dinge hinauszukommen, liegt doch nur im klaren, richtigen Verstehen desjenigen, was ist. Alles Übrige taugt nicht. Daher wird es schon, wenn man es auch von gewisser Seite her nicht gern hören und sehen wird, und seine Maßregeln dagegen ergreifen wird, immer Menschen geben müssen, welche auf die ganze volle Intensität desjenigen, was geschieht, wirklich hinweisen. Welche sich nicht abschrecken lassen, hinzuweisen auf die ganze volle Intensität desjenigen, was geschieht. In Gea 173 meint Rudolf Steiner am 9. Dezember 1916 Wir müssen uns nun klar sein, dass in vielem, was nun öffentlich gelesen werden kann, was gedruckt wird, was sonst irgendwie hineinzickert in das menschliche Zusammenleben, okkulte Lehren und Impulse hineinfließen. Man hat schon die Mittel und Wege, sie so einfließen zu lassen, dass man das nicht erkennt. Man sagt eben die Dinge anders. Es handelt sich ja darum, dass man einen suggestiven Einfluss ausüben kann. Und man tut sagend und sagt tun und man kann oftmals Daseinige tun, was entgegengesetzt ausschaut von dem, was eigentlich geschehen soll und was man wirklich tut. In Gea 174 meint er am 22. Januar 1917 In vielen Vorstellungen, die unwahr sind, liegt, in dem die Menschen sie glauben, eine starke okkulte Kraft. Und wie früher andere Medien gedient haben demjenigen, was als Impulse wirken sollte, so dient in unserem fünften nachatlantischen Zeitraum namentlich die Buchdruckerkunst und alles Daseinige, was mit dem merkantilistischen Wesen zusammenhängt. Von dem Schlimmen, was kommen wird, haben wir ja einen Vorgeschmack schon in der starken Abhängigkeit desjenigen, was durch die Buchdruckerkunst hervorgebracht wird als Presse, heute von merkantilistischen Gruppen, von Menschen, die alles andere wollen als Daseinige, was sie in ihren Blättern sagen. Sie wollen Geschäfte machen und durch Geschäfte dies oder jenes erreichen, und haben dafür das Mittel, Ansichten verbreiten zu lassen, auf deren Wahrheit es nicht ankommt, sondern die gewissen Geschäften und dergleichen dienen. Heute ist es ja gut, wenn man bei vielem, was gedruckt in der Welt herumgesendet wird, nicht frägt, was meint der Betreffende, sondern in wessen Dienst steht er, wer bezahlt die eine oder andere Meinung. Das ist das Daseinige, worauf es heute vielfach ankommt. Dies nicht etwa zu unterdrücken, sondern als ein wichtiges okkultes Mittel zu fördern, das ist gerade Daseinige, was jene okkulten Brüderschaften wollen, weil das ihnen dient. Und wenn es immer weniger darauf ankommt, was gesagt wird, sondern nur darauf, dass das nach einer gewissen Richtung hin im Dienste von Gruppenstehende auf Menschen wirkt, dann ist für solche okkulten Brüderschaften ein wichtiges Ziel erreicht. Diese folgenden Lehren haben den Inhalt der Unterweisungen gewisser Geheimschulen gebildet, namentlich am Ende des 19. Jahrhunderts. Sie haben sich dann im 20. Jahrhundert fortgesetzt, sind jedoch am Ende des 19. Jahrhunderts besonders in Angriff genommen worden und haben damals starken Einfluss gewonnen. Man hat versucht, sie überall hineinzutragen, wo man es für notwendig fand, sie zu gewissen Zielen zu verwenden. Ich will Ihnen also zuerst, ohne dass ich Kritik übe, bloß referierend gewisse Lehren aus okkulten Brüderschaften Englands mitteilen, wobei ich oft dasinnige Ahnen spiele, zu dem ich vorbereitet habe. Da wurde nun und wird gelehrt, die Evolution Europas kann man verstehen, wenn man zunächst zurückblickt auf den Übergang des Romanischen, des vierten nachatlantischen Zeitraums zum fünften nachatlantischen Zeitraum. Und es wurde gelehrt, bitte das streng nur als Referat aufzufassen, dass man das Geheimnis des Überganges vom vierten in den fünften Zeitraum oder, wie man in diesen Brüderschaften sagte, von der vierten in die fünfte Unterrasse verstehen müsse. Es wurde nun gelehrt, dass die vierte Unterrasse im Wesentlichen von den romanischen, den lateinischen Völkerschaften dargestellt wird. In aller Menschheitsevolution ist es so, dass das, was sich nacheinander entwickelt, nicht in der Weise verläuft, dass einfach das Nachfolgende hinter dem Vorhergehenden steht, sondern das Vorhergehende bleibt neben dem Nachfolgenden vorhanden, sodass dann Vorhergehendes und Nachfolgendes räumlich nebeneinander leben. So ist denn die vierte Unterrasse, die im Wesentlichen aus dem romanisch-lateinischen Element besteht, in ihren Nachzüglern auch während des Zeitraums der fünften Unterrasse bestehen geblieben. Die fünfte Unterrasse, die mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, bilden diejenigen Völker, welche berufen sind, in der Welt Englisch zu sprechen. Die englisch sprechenden Völker stellen die fünfte Unterrasse dar und die ganze Aufgabe des fünften nachatlantischen Zeitraums besteht darin, die Welt für die englisch sprechenden Völker zu erobern. Die Überbleibsel der vierten Unterrasse, die lateinisch angehauchten Völker, werden augenscheinlich immer mehr und mehr in einen gewissen Materialismus verfallen. Sie enthalten in sich das Element ihrer inneren Auflösung, tragen auch in physischer Beziehung die Dekadenz in sich. Das Element der fünften Unterrasse enthalte nun aber die Anlage zum Spiritualismus, zum Erfassen der geistigen Welt. Man müsse verstehen, wie die vierte Unterrasse auf die fünfte gewirkt hat und zu diesem Zweck den Blick dahin zurückwenden, wo die nordischen Völkerschaften, die dann zu den Britannien, Galliern, Germanen wurden, an das römische Reich herankamen. Die Frage warf man auf, was waren eigentlich diese Völkerschaften zu der Zeit, als das römische Reich mit ihnen Krieg führte, also gewissermaßen der Kampf begann zwischen der vierten und der fünften Unterrasse? Dem Lebensalter nach waren sie als Völker Säuglinge. Also wichtig ist festzuhalten, dass die Römer das romanische Element, die vierte Unterrasse, kamen, um sie wie eine Amme zu pflegen. Man braucht diese Ausdrücke, um die Analogien zwischen dem Volkselemente und dem Elemente des individuellen Menschen darzustellen. Die Römer wurden also Ammen und diese Ammenschaft dauerte so lange, als die Römer ihre Herrschaft mehr oder weniger in die im Säuglingsalter befindlichen Völker des Nordens hinein erstreckten. Der Säugling wird zum Kinde. Das ist die Zeit, in der in Rom das Papsttum gegründet wird und der Papst mit seiner Herrschaft zum Vormund des Kindes wird, so wie das Römertum seine Amme gewesen war. Wie gesagt, ich referiere nur, behaupte nichts. Dann haben wir die Wechselwirkung zwischen dem Papsttum und den nördlichen Verhältnissen, alles was sich durch Mitteleuropa hindurch bis nach Britannien hinein entwickelte. Das ist die Erziehung unter dem Papstvormund, aus dem noch das romanische Element aus der vierten nachherlandischen Zeit herüberwirkt. So um das zwölfte Jahrhundert herum, als das Papsttum anfing, nicht mehr so zu sein wie früher, begann das Jünglingsalter dieser verschiedenen Völkerschaften, welche sich durch das Erwachen der eigentlichen Intelligenz charakterisiert. Der Vormund tritt nun zurück. Das Jünglingsalter dauert ungefähr bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Man lässt nun in der Regel, wenn man solche Dinge lehrt, die Gegenwart weg, weil man das aus bestimmten Gründen für gut hält. Die Leute sollen nicht so deutlich hören, wie man über die Gegenwart denkt. Das will man ihnen mehr auf suggestive Weise beibringen. So hat sich denn im Laufe der Zeit im Norden unter der Herrschaft der Amme, des Vormunds usw. dasinnige zu dem gegenwärtigen Reifezustand herausgebildet, was nun die Anlage enthält, Britannien allmählich zu dem herrschenden Volke des fünften nachherlandischen Zeitraums zu machen, wie es nicht nur die Römer waren, sondern auch der Romanismus, als das Papsttum aus ihm hervorgegangen ist. Während also die Überbleibsel des lateinischen Elements vom Menschenstamm abbröckeln, breitet sich nach dieser Anschauung als neues, fruchtbares Element dasinnige aus, worin das britische Wesen lebt. Und es wird nun angedeutet, dass alle äußeren Handlungen und Maßnahmen, die einen Sinn haben sollen, die fruchtbar sein sollen, so getroffen werden müssen, dass sie unter dem Zeichen dieser Anschauung entstehen. Denn was ohne diese Anschauung geschieht, was etwa in dem Glauben geschieht, dass das lateinische Element nicht in der Dekadenz ist, oder dass das britannische Element nicht im Aufsteigen ist, ist zum Verdorben verurteilt. In dieser so skizzierten Lehre haben wir eine Grundlage, die hineinzickerte in alle, auch mehr esoterischen Brüderschaften, in diejenigen okkulten Brüderschaften, die dann als sogenannte Hochgradmauererei und dergleichen in westlichen Gegenden wirkten. In die öffentlichen Angelegenheiten wurden sie hineingetragen durch Menschen, die mit diesen Brüderschaften in fernerem oder näherem Zusammenhang standen, oftmals in einer so verhüllten Weise, dass die Leute, die im Leben dafür wirken sollten, gar keine Ahnung hatten, wie ihnen diese Dinge übertragen worden waren. Hinter vielen Dingen, die wir namentlich seit dem 16. Jahrhundert innerhalb der Menschheitsevolution erleben, sind die Dinge vom Westen her hereingetragen worden. Nun wird da noch weiteres gelehrt. Man sagt, so wie jene Menschen sich im Norden des romanischen Elementes zur fünften Unterrasse vorbereiteten, so kommen heute in ähnlicher Weise die slawischen Menschen als werdende sechste Unterrasse dem Westen entgegen, gerade wie einst die germanischen Völkerschaften vom Norden her dem romanischen Elemente entgegentraten. Es leben, so wird gesagt, im Osten unter einer dem Untergange zuführenden despotischen Regierung eine Anzahl einzelner Volkstämme, die in ähnlicher Weise wie damals die Germanen, als das Römische Reich sich nach Norden ausbreitete, eben noch nicht Völker, sondern erst Volkstämme sind. Diese Volkstämme bilden die einzelnen Elemente des sogenannten slawischen Volkes, das heute nur in äußerlicher Weise zusammengehalten wird durch eine wegzufegende despotische Regierung. Ich brauche die Ausdrücke, die in diesen okkulten Brüderschaften üblich sind. Des Weiteren sagt man in den englischen Brüderschaften, dass die Polen vor den übrigen Slawen insofern etwas voraus haben, indem sie auf einer verhältnismäßig hohen Kulturstufe religiöses und sonstiges Kulturleben einheitlich ausgebildet haben. Man schildert dann ein wenig die Schicksale der Polen, behauptet aber, dass sie eigentlich zum russischen Reich gehören. Dann weist man auf die Balkanslawen hin, von denen man sagt, sie hätten sich von den Bedrückungen der Türkei befreit und einzelne Slawenstaaten konstituiert, welche aber, und das war ein immer wiederholender Satz, in dieser Form nur bestehen sollten bis zum nächsten großen europäischen Krieg. Insbesondere in den 90er Jahren wurde in diesen Brüderschaften der große europäische Krieg als in nächster Zukunft bevorstehend hingestellt und besonders in Zusammenhang gebracht mit Evolutionsimpulsen, die von den Balkanslawen auszugehen hätten und die damit charakterisiert wurden, dass diese Staaten, die sich als Loslösungen aus dem Türkenreich gebildet haben, in andere Formen überzugehen hätten. Nur bis zum großen europäischen Krieg, sagte man, würden diese Balkanslawen ihre Selbstständigkeit behalten können. Dann würden sie zu ganz anderen Schicksalen überzugehen haben. Diese Völkerschaften sind jetzt, so lehrt man, im Säuglingsalter und da man sie für die zukünftige Sechste und die Britannier für die Fünfte Unterrasse erklärt, so deutet man damit schon an, dass die Britannier ihnen gegenüber denselben Rang einzunehmen haben, die einst die Römer gegenüber den nördlichen germanischen Völkerschaften einnahmen, also zunächst Amme sein müssen. In der Ammenschaft liegt die allererste Aufgabe. Diese Ammenschaft wird in dem Augenblicke enden, so sagte man, wo diese Völker so weit gekommen sein werden, dass das russische Reich nicht mehr bestehen wird, sondern diese Völker aus ihren eigenen intelligenten Anlagen sich besondere Formen schaffen werden. Aber es muss nach und nach anstelle der Amme selbstverständlich der Vormund treten, das heißt, es muss sich im Westen aus denen, die die eigentliche fünfte Unterrasse bilden, eine Art vom Papsttum entwickeln. Da muss sich ja die Spiritualität besonders stark entwickeln und so, wie sich das Papsttum zu Mitteleuropa verhalten hat, hat, so muss sich eine Konfiguration bilden, welche vom Westen her nach dem Osten hinüber umfassend wirkt und das muss dazu führen, dass der Osten benutzt wird, um gewisse Einrichtungen dort zu schaffen, in ähnlicher Weise, wie das Papsttum in Europa seine Einrichtungen geschaffen hatte. Selbstverständlich ist man seitdem um eine Unterrasse vorgeschritten und während das Papsttum in der verschiedensten Weise Kirchen, kirchliche Gemeinden gegründet hat, so hat das westliche Papsttum, das sich aus dem Britannismus heraus entwickeln wird, die Aufgabe, im Osten ganz bestimmte ökonomische Experimente durchzuführen, das heißt, eine gewisse Form des ökonomischen Zusammenlebens in sozialistischer Weise einzurichten, von der man annimmt, dass sie im Westen, weil der die fünfte, noch nicht die sechste Unterrasse darstellt, nicht durchführbar ist. Man muss zunächst experimentell den Osten zu solchen Zukunftsexperimenten benutzen. Politische, geistige, ökonomische Experimente müssen durchgeführt werden. Natürlich ist man nicht so törig zu sagen, dass die Herrschaft des Westens ewig dauern werde, denn das würde kein ernsthafter Schüler des Okkultismus glauben. Aber man ist sich durchaus klar darüber, dass so, wie man eben zuerst den Ammendienst versieht, sich aus diesem Ammendienst der Vormundsdienst, das heißt eine Art zukünftigen Papsttums seitens der westlichen Kultur ergeben muss. In GA174b meint Rudolf Steiner am 12. März 1916 Dasjenige, was seit dem Griechentum, das ein Höchstes geleistet hat für die vierte nachatlantische Kulturperiode, zu leisten ist, an Herausgestaltung des seelischen Erlebens in eine Ideenwelt hinein, das ist die Aufgabe des deutschen Wesens. Und man braucht wirklich kein nationaler, im engherzigen Sinne zu sein, sondern ein ganz objektiver Betrachter des Entwicklungsganges der Menschheit, wenn man dieses hervorhebt. Und Sie wissen ja auch, ich hebe es nicht erst bei Gelegenheit dieses Krieges hervor, sondern diese Betrachtungen lagen in vielem darin, was seit Jahren, seit anderthalb Jahrzehnten unter uns von mir gesagt worden ist. Dadurch aber, dass dieses deutsche Wesen so ist, dadurch ist es aus seelisch-sachlichen Gründen berufen, die angedeutete seelische Ehe einzugehen mit dem russischen Osten. Und niemals wird die Kulturaufgabe der Zukunft anders erfüllt werden können, als indem die russische Anpassungsfähigkeit das annimmt, was aus dem deutschen Volkstum heraus kommen kann. Und alle Kulturentwicklung der Zukunft ist eine Frage dieser Verbindung Mitteleuropas mit Osteuropa. Anders liegt das mit Westeuropa. Westeuropa hat dasjenige, was die vierte nachatlantische Kulturperiode gebracht hat, übernommen und ist selbstständig entwickelt, aber in der Weise, wie ich das oftmals dargestellt habe. Nur durch die drei Seelenkräfte, Empfindungssäle, Verstandessele, Bewusstseinssäle. Es ist nicht produktiv, was diese vierte nachatlantische Kulturperiode im Wesentlichen hinausschickt. Und insbesondere die britannische Volksseele, die angelsächsische Volksseele hat die Aufgabe, die Bewusstseinssäle auszubilden, auszubilden Daseinige, was vor allen Dingen auf die Nützlichkeit in Bezug auf den physischen Plan hingeordnet ist. Daher alle die Erscheinungen, die wir auftreten sehen, innerhalb Westeuropas, besonders innerhalb des angelsächsischen Volkstums. Aber nun fühlt besonders dieses angelsächsische Volkstum instinktiv, dass das eigentlich Fruchtbare, das mitteleuropäische ist, im Wesentlichen der deutsche Einschlag Mitteleuropas ist. Und diejenigen, welche die sogenannten okkultistischen Bewegungen Westeuropas, namentlich des angelsächsischen Volkes leiten, die wissen, um was es sich handelt. Von zwei Gedankengängen sind diejenigen zunächst erfüllt, die die okkultistischen Bewegungen im angelsächsischen Volkstum leiten. Das römisch-katholische Wesen ist abgetan, das gehört im Wesentlichen der vierten nachatlantischen Zeit an. An die Stelle desjenigen, was im römischen Kultwesen war, muss das angelsächsische Wesen treten. Und jeder Okkultist einer gewissen Sorte, das heißt, jeder Okkultist, der in seinem Volkstum aufgeht, und da sind, mit Ausnahme weniger, alle im angelsächsentum, der weiß, das heißt, er bildet sich das ein, ein richtiges Wissen zu haben, dass die angelsächsische Rasse, wie er sagt, an die Stelle des römischen Wesens treten müsse. Das wird in allen okkultistischen Schulen dort gelehrt, das ist ein festes Dogma. Und ebenso wissen die Leute instinktiv, dass gewissermaßen die Rekruten für das Einführen in das Leben alles dessen, was die Kultur bringen muss, die Rekruten, die aufnehmen müssen, passiv durch ihre Anpassung die russischen Menschen sind. Diese zwei Dinge wissen gerade die angelsächsischen Okkultisten sehr genau, das heißt, sie sehen die Sache so an, das ist ihre Überzeugung. Ihre Überzeugung ist auf der einen Seite, angelsächsentum hat abzulösen das römische Wesen, alles andere, Protestantismus, Calvinismus und so weiter, das sind nur Anhängsel. Das angelsächsentum muss etwas erzeugen in der Welt, wie gesagt, ich spreche jetzt von den Okkultisten, was für die fünfte nachatlantische Kultur so sich hinstellt, wie sich das römisch-katholische Wesen hereingestellt hat in die zweite Zeit der vierten nachatlantischen Kultur, selbst noch bis ins vierzehnte, fünfzehnte, sechzehnte Jahrhundert. Und nun ist jeder Okkultist auf dieser Seite davon überzeugt, dass vor allen Dingen die Brücke geschaffen werden muss zwischen dem jenigen, was das angelsachsentum sich so zuschreibt und dem russischen Wesen. In die russische Seele hineingießen Dasehnige, was angelsächsischer Okkultismus lehren will, das ist Dasehnige, was aus dem zweiten, das ich angeführt habe, wie ein Ideal hervorgeht für jeden angelsächsischen Okkultisten. Die russische Seele zu benutzen, als eine Art von Wachs, in das eingeprägt wird Dasehnige, was der angelsächsische Okkultismus will. Dieses Ideal überwuchert in den Kreisen, von denen ich jetzt rede, weitaus alles Dasehnige, was uns hier die Hauptsache ist. Uns ist die Hauptsache wirkliche Erkenntnis, wirkliches Dringen zur Wahrheit. Und unsere ehrliche Grundüberzeugung ist die, dass wenn wir die Wahrheit finden, diese Wahrheit den Menschen gegeben wird, was sie brauchen. Und dass diese Wahrheit, wenn wir sie in der richtigen Weise erstreben und suchen, auch in der richtigen Weise die zukünftigen Kulturepochen befruchten wird, dass schon das geschehen wird, was geschehen muss mit den Völkern Europas, wenn in der richtigen Weise ehrlich die Wahrheit gesucht wird. Man braucht nichts anderes, als ehrlich die Wahrheit suchen. Das ist der wahre Grundsatz der Geisteswissenschaft. Aber dem steht gegenüber ein solcher Grundsatz, wie ich ihn eben charakterisiert habe, eine besondere Rasse an die Spitze zu bringen, eine besondere Rasse mächtig zu machen, mächtig vor allen Dingen in Bezug auf das Seelenleben. Nicht von Politischem sprechen wir jetzt, wir sprechen von dem, was als okkultistische Wege in den Tiefen wurzelt. Mächtig zu machen, das angelsächsische Seelentum und zu benutzen das, was anpassungs- und aufnahmefähig ist, das osteuropäische Wesen, und in Ehes hinein zu gießen das, was man hinein gießen will, damit eine Ehe entstehen könne zwischen angelsachsentum und russentum. Die inneren Impulse der Menschheitsentwicklung sprechen von einer Ehe des deutschen Wesens mit dem russentum. Der egoistische Wille des angelsächsischen Okkultismus redet davon, dass das russentum durchdrungen werden muss mit angelsachsentum in Bezug auf seelische, okkulte Entwicklung. Fassen Sie diese Dinge nur ganz klar ins Auge, sie sind außerordentlich wichtig. Sie werden von mir so angeführt, wie sie immer mehr und mehr geführt werden in allen möglichen okkultistischen Richtungen des Westens, namentlich in den angelsächsischen okkultistischen Schulen. Dasjenige, was aber doch im Grunde genommen nur die Bewusstseinsseele zu pflegen hat, kann zu einem wirklichen Inhalten nicht kommen. Wirklicher Okkultismus aber, der nicht machtgelöste entfaltet, sondern nach der Wahrheit sucht, steht ganz im organischen, im lebensvollen Zusammenhange mit der deutschen Entwicklung und ist ganz innerhalb der deutschen Entwicklung verankert. Im G.Jahr 173 meint Rudolf Steiner am 30. Dezember 1916 Seit dem 17. Jahrhundert verbreitet sich in China die Sitte des Opiumrauchens. Wahrscheinlich haben die Araber, die Chinesen das Opiumrauchen gelehrt, denn vor dem 17. Jahrhundert waren die Chinesen keine Opiumraucher. Opiumrauchen bedeutet für die Menschen, die es tun, einen fragwürdigen, aber starken Genuss, denn der Opiumraucher verschafft sich die mannigfaltigsten aus dem astralischen herausgeborenen Fantasien, in denen er lebt. Es ist wirklich eine andere Welt, die auf rein materiellen Wege erreicht wird. Als nun die Leute, die in der angegebenen Weise von England aus mit China Handeltrieben bemerkten, dass unter den Chinesen immer mehr und mehr die Sitte, die Leidenschaft des Opiumrauchens überhand nahm, da richteten sie in Bengalen, in Indien, weite Mondkulturen ein, um das Opium zu gewinnen. Denn es weiß jeder, der die Gesetze einer solchen Sache kennt, dass nicht nur die Nachfrage das Angebot erzeugt, sondern dass umgekehrt das Angebot auch wiederum die Nachfrage hervorbringt. Wenn man recht viel anbietet, dann entsteht nach diesem oder jenem Artikel ein besonders starkes Bedürfnis. Das weiß jeder Nationalökonom. Und auch dafür wurde nun der ostindischen Gesellschaft von England aus das Monopol gegeben, in China das Opium einzuführen. Und je mehr man einführte, desto mehr verbreitete sich in China dieses Übel des Opiumrauchens. Nun, ich wähle gerade dieses Beispiel, weil so etwas wirklich einen tieferen kulturhistorischen Untergrund hat, wenn man alle Faktoren in Erwägung zieht. Denken Sie doch nur einmal, dass Sie mit dem Einimpfen des Opiums, da es auf die Seele wirkt, wirklich in das ganze geistige Leben eines Volkes oder der jenigen Menschen, denen Sie das Opium liefern, eingreifen. Aber die Chinesen sahen die armen, ausgemerkelten Opiumraucher. Der Opiumraucher kommt einmählich ganz herunter und es war nach und nach zu bemerken, welchen Einfluss für das Dekadentwerden weiter Schichten der Bevölkerung in China dieses Opiumrauchen hat. Als die Chinesen das bemerkten, war die Folge davon, dass sie 1794 das Opium verboten. Sie wollten kein Opium mehr in ihr Land hereinlassen. Nun, wie das so geht, Verbote hindern manchmal nicht den Handel mit dem, was verboten ist. Man findet Mittel und Wege, die Sache doch zu verhandeln. Nun, kurz, der Opiumhandel blühte und war von einigen tausend Kisten im Jahre 1773 auf 30.000 Kisten im Jahre 1837 gestiegen, in wenigen Jahrzehnten. Das, was dafür erlöst wurde, etwa 30 Millionen Franken im Jahr, floss nach britisch Indien. Als die Sache so überhand genommen hatte, wussten sich die Chinesen nicht mehr anders zu helfen, als dadurch, dass sie die Opiumladungen, die ankamen, mit Beschlag belegen ließen. Aber das schuf den Opiumhandel nicht aus der Welt. Von der einen Seite war ja gar nicht der Wille dazu da, den Opiumhandel aus der Welt zu schaffen. Da wussten sich die Chinesen nicht anders zu helfen, als ein neues Gesetz zu machen, dass alle beim Opiumhandel betroffenen Personen von chinesischen Gerichten mit dem Tod bestraft werden sollten und dass die Schiffe fortan mit Beschlag belegt werden sollen. Zunächst wurde die in China befindlichen Engländer aufgefordert, China zu verlassen und von Indien her wurde bewaffnete Hilfe gefordert. Man besetzte sozusagen das Gebiet. Und da die Chinesen ziemlich tapfer auf ihrem Standpunkt beharrten und doch jeden Köpfen wollten, der Opiumhandel trieb, so trieb man scheinbar keinen Opiumhandel und da die Chinesen die britischen Schiffe mit Opium mit Beschlag belegen wollten, schickte man scheinbar keine Schiffe hin. Man verlud nämlich in Indien das Opium auf amerikanische Schiffe. Und auf amerikanischen Schiffen kam jetzt ebenso viel, ja sogar die Dinge steigerten sich immer mehr Opium in China an. Aber alle die Dinge führten 1840 endlich zum Krieg zwischen England und China. So war der Hergang ein ganz notwendiger, der nicht anders hat kommen können. Man hat aber auf das Sehenleben von der materiellen Seite her einen großen Einfluss ausgeübt und es spielte sich etwas ab, was mit dem ganzen Weltprozess zusammenhängt. In England wusste man, um was es sich handelte. Was wusste man denn? Ja, in England wusste man, dass man von China aus England überfallen habe. So sagte man nämlich dazu mal. Und zwar aus dem Grunde, weil die Chinesen nicht leiden wollten, dass England in Indien seine Opiumkulturen, Mondkulturen hat und weil die Chinesen selber ihren Mond pflanzen wollen. So sagte man, das wusste man ganz genau. Und dann wusste man noch, dass die Chinesen Barbaren sind. Das war es, was man dazu mal in England wusste. Es war ein trauriger Krieg, dieser Krieg 1840. Elliot, der englische Konsulatsbeamte, der diesen ganzen Krieg mit angesehen und eigentlich auf dem Gewissen hatte, kam eines Tages in einen merkwürdigen Ruf, der vielleicht begründet war. Er kam in den Ruf, dass er Neigung habe, mit den Chinesen Friedensverhandlungen einzuleiten. Da wurde er gestürzt. Und es kam nicht Lloyd George, Pottinger hieß er dazu mal. Es kam ein gewisser Pottinger an die Stelle des Elliot, der Friedensverhandlungen einleiten wollte. Der Krieg sollte bis zum bitteren Ende geführt werden, das heißt, bis die Insel Chuzan, die Städte Ningpo und Amoy genommen waren, bis die Engländer bis Nanking vorgerückt waren und bis 1842 China allen Mut verloren hatte. Hongkong kam auch an England. Fünf Häfen in China wurden schrankenlos dem Opiumhandel geöffnet. Britische Konsulen wurden eingesetzt, 97,5 Millionen Kriegsentschädigungen. Also außer den früheren von den Chinesen, wie soll man sagen, erpressten 25 Millionen will ich nicht sagen, aber ein anderes Wort möchte ich dafür haben, das ich im Augenblick nicht finde. Außer den schon früher erpressten 25 Millionen kann man jetzt noch 97,5 Millionen Kriegsentschädigungen dazu. Silvester 1916 meint Rudolf Steiner in GA 173. Es entsteht die Möglichkeit, dass nach den Bedingungen der Inkarnationen Seelen, die zwischen dem Tod und einer neuen Geburt stehen, durch ihre Kräfte aus den vorhergehenden Inkarnationen sich zwar bestimmt fühlen, sich nach irgendeinem Fleck der Erde hin zu verkörpern, dass aber den vielen Seelen nur wenige Leiber auf diesem Fleck der Erde sozusagen zur Verfügung stehen. Das kann durchaus eintreten. Aber es kann auch noch etwas anderes eintreten. Und dieses, was noch eintreten kann, das wollen Sie mit dem Erwähnten in Zusammenhang betrachten. Ich habe vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass John Stuart Mill und mit ihm zusammen der russische Philosoph und Politiker Herzen darauf hingedeutet haben, dass in Europa in vielen Beziehungen eine Art Chinesentum beginnt, dass Europa verkinert wird. Ich habe die Bemerkung dazu mal nicht umsonst gemacht. Denn wenn John Stuart Mill, der schon ein guter Beobachter war, findet, dass in seiner Umgebung bei den Menschen merkwürdige chinesische Eigentümlichkeiten sich zeigen, so hat er damit schon in einer gewissen Beziehung recht. Nun betrachten Sie das folgende. Seelen sind da, welche durch ihre vorhergehenden Bedingungen hin tendieren, in chinesischen Leibern im neunzehnten Jahrhundert oder im Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts verkörpert zu werden. Nun, da die chinesische Bevölkerung lange nicht jene Zahl hat wie in früheren Zeiten, so können ohne dies nicht alle chinesischen Seelen dort verkörpert werden. Aber in Europa, wo sich in den letzten Zeiten die Bevölkerung physisch sehr vermehrt hat, können viele Seelen untergebracht werden, die eigentlich dazu bestimmt sind, in chinesische Leiber hineinverkörpert zu werden. Da haben sie den einen Grund, warum eine Chinesierung Europas von feinen Beobachtern wohl bemerkt wird. Aber das hätte nicht genügt, um Europa so zu präparieren, damit jenes europäische Karma herauskommt, welches eben herauskommen sollte, sondern es handelt sich darum, gewissermaßen den großen Gesetzen des Daseins nach einer gewissen Seite zu Hilfe zu kommen. Wenn man nun durch lange Zeiten hindurch Daseinige bewirkt, wovon ich Ihnen gestern Andeutungen gemacht habe, dass man viele Leiber einer ganzen Volksmasse ausmerkelt, dann bringt man es dahin, dass im Laufe der Zeit da unten Leiber entstehen, zu denen die Seelen nicht hingehen, die erst zu Ihnen hintendiert haben. Dadurch, dass man die chinesischen Leiber verplummt und Generationen erzeugt hat, welche unter dem Einfluss der Opiumkräfte entstanden sind, hat man die Chinesen dazu verurteilt, zum Teil sehr unreife, sehr untergeordnete Seelen, über deren Qualitäten ich nicht sprechen will, in sich aufzunehmen. Dafür aber wurden diejenigen Seelen, die sich selber für chinesische Leiber bestimmt hatten, verhindert, in diese veropiumten Leiber zu gehen. Diese wurden nach Europa abgeleitet, um da innerhalb der europäischen Bevölkerung Daseinige hervorzurufen, was dann jene feinen Beobachter, die ich anführte, wohlgemerkt haben. Sie sehen daher, ein solches Ereignis auf dem physischen Plan wie der Opiumkrieg hat sehr wohl seinen geistigen Hintergrund. Er ist nicht nur für das da, wozu er zunächst da war, nämlich, dass sich Leute um Millionen bereichert haben, sondern er ist auch da, um gewisse Seelen, die sonst aus der geistigen Welt zur Verstärkung der europäischen Kulturkräfte in der jetzigen Zeit herabgekommen wären, zu verhindern, sich schon jetzt zu inkarnieren und dafür chinesische Seelen in europäische Leiber zu praktizieren. So paradox das erscheint, es ist doch so. Es ist doch so, dass das wichtige folgenschwere Ereignis Tatsache geworden ist, dass bei einer großen Anzahl europäischer Menschen jenes nicht zusammenstimmende Seelischen mit dem Leiblichen bewirkt worden ist, welches ich eben angedeutet habe. Und durch das nicht zusammenstimmende Seelischen mit dem Leiblichen wird immer auch hervorgerufen, eine Unmöglichkeit, die Werkzeuge des Leiblichen in entsprechender Weise zu gebrauchen. Daher die Möglichkeit, mit dem Irrtum zu wirtschaften. Mit dem Irrtum kann man nicht so leicht wirtschaften, wenn derjenige, der den Irrtum durchschaut, nicht gewissermaßen durch ein festes Zeitgepräge zum Predigen in der Wüste verurteilt ist. So sehen Sie, dass sich das, was ich Ihnen gestern erzählte, wahrhaftig nicht aus dem Grunde erzählte, um in irgendeiner abscheulichen Weise gerade dieses Ereignis in Bezug auf ein Volkstum zu charakterisieren, sondern um ein Beispiel zu liefern, wie durch das, was von Menschen her auf dem physischen Plan getan wird, tiefgreifende Änderungen auch in der geistigen Evolution der Menschheit hervorgerufen werden. Und glauben Sie nicht, dass ich alles, was ich Ihnen erzählt habe über Zentren des Irrtums, über die Art und Weise, wie heute Täuschungen, Betäubungen hervorgerufen werden, zu meinen Vergnügen erzählt habe, sondern um eben weiter zu charakterisieren, wie gerade in unserer materialistischen Zeit vieles beschaffen ist. Und heute versuchte ich, Ihnen einen der Gründe anzuführen, die sich ergeben, wenn man dasinnige, was durch Menschen geschieht, nicht bloß in seinem physischen Verlauf betrachtet, sondern wenn man es ansieht mit Bezug auf seinen okkulten Hintergrund. Da bedeutet ebenso etwas wie jener Opiumkrieg tatsächlich eine Umlagerung des seelischen Elementes von dem einen Punkt der Erde, wo es hingehört und wo es vielleicht hätte nützlich werden können, weil es in Leiber gekommen wäre, in die es gepasst hätte, auf einen anderen Punkt der Erde, wo es ein Werkzeug sein kann für Mächte, die es durchaus in der einen oder anderen Weise in ihrer Art, nun sagen wir, nicht gut mit der Menschheit meinen. Vielen Dank.